Wir hatten Williams-Chris-Brand bestellt. Aber das ist Williams-Chris-Brand. Ja, aber nicht in diesen Gläsern. Das sind Likörgläser, keine Obstbrandgläser. Ja, und? Das muss doch möglich sein, ein Getränk im richtigen Glas zu bekommen, oder? Also ich kann nicht aus diesem Glas trinken, Bernhard. Ich auch nicht. Danke schön. Eine Sekunde, bitte. Ach, und bitte nicht diesen Brand in die neuen Gläser füllen, ja? Sonst geht das Aroma verloren. Verstehen Sie? Ja, selbstverständlich. Die Gäste an der 47 wollen jetzt heute nicht einen Obstbrandgläsern, sondern einen Likörgläser. Ich hoffe, du weißt, dass du neue Gäste hast, an der 22. Träumen kannst du zu Hause, ja? Ja. Die Gäste an der 46. Die Gäste an der 48. Verstehen Sie? Ja. Die Gäste an der 48. Verstehen Sie? Oder 6.